Nein! Ich hab das Gefühl, dass wir richtig versagen. Du kannst den Zauber länger halten, als ich. Ich muss nur sofort zaubern. Das ist perfekt. Nein! Das war gemein jetzt, ey. Perfekt. So muss es gehen, du Arsch. So klappt das doch echt genial, oder nicht? Du bist hier total überlegen. Na komm, stirb. Wie lange nichts zu uns kommt, so können wir gewinnen. Ja! Oh ja, ey. Das klappt. Das hat richtig geil geklappt. Oh fuck, wir haben total überzogen. Nur mal zwei Folgen draus. Ich hab die Uhr vergessen. Okay. Ja, man wirft mit Geld nach uns. Oh fuck, ich glaub's nicht. Wird doch nicht. Wer zum Geier ist das? Oh Gott, ne Ratte mit nem Zaubertrank. Müssen wir weitergehen? Haha! Oh ja! Okay, das war verwirrend. Oh genau. Warte! Nein! Falsch! Man kann auf die drauf springen. Hm? Das war's. Warte. Nein, lass mich auf deine Hand. Genau. Und jetzt zauber noch mal. Nein, der ist mich... Jetzt hol mich wieder runter. Ich kann nicht. Meine Zauberkraft ist weg. Okay, bleib als Ballon. Naja, so geht's nicht weiter. Oh, super. Okay, komm als Ballon wieder und geh da rüber hoch. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, 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 hoch. Er wollte nicht. Oh, lass es wieder. Okay, spring drauf. Nein, nein. Das ist mir alles im Universum wert. Ich bin bei wem hier. Dafür lohnt es sich, da reinzuspringen. Das hat sich nicht gelohnt. Okay, komm wieder runter. Nein. Wenn du auf unserer Höhe bist, verzauber ich. Ja, jetzt. Komm, spring drauf. Oh Gott. Das ist so ein scheiß Gebiet. Ich hasse das hier. Ach, das war eine Reaktion. Und ja, ich hasse das Gebiet auch. Oh, perfekt Magie. Okay, komm, 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 komm. Keine Spiele rein. Oh, ich sehe immer nichts, wenn du nicht da bist. Ich weiß nicht, was ist, warum nicht was nützlich. Nächste Tür. Oh Gott, nächster Zwischengegner. Oh Gott. Ich bezweifle aber wohl, dass es hier diesmal wackeln kann, oder? Warte, ja, hast du recht. Das macht am besten hinter mich verstecken. Das war wieder hinter mich verstecken, habe ich gesagt. Versteck dich. Na, war ja klar. Hey, du hast noch ein Leben, ein Herz. Ja. Scheiße. Sei froh, dass ich... Nimm dir ein Leben von mir. Nein, sorry. Das hat mich jetzt wirklich aus dem Konzept gebracht. Stimmt ja, das war ja ein Endgegner, ne? Ja. Hä? Hä? Warum das? Hör auf, mein Leben zu verschwinden. Okay. Der ist böser geworden, oder? Der springt mich immer genau an. Was soll ich denn erwachen? Oh Gott, weiter. Ich hoffe, er gibt bald wieder Leben, ey. Und wenn wir gleich wieder alles neu machen müssen, dann kriegen wir einen Anfall, oder? Oh Gott. Ich glaube, das ist er. Das ist der Endgegner, glaube ich. Meinst du? Nein. Der scheint mir aber recht einfach. Nein, nein, nein. Nein. Komm schon. Du hast das Original getroffen. Komm schon, komm schon, komm. Nein, nein. Ach, knapp. Noch zwei Herzen hast du. Komm schon, stirb du endlich. Ja! Ja, er ist tot. Ich lau's nicht. Oh, ist das eine Befriedigung. Komm schon, bitte. Gib uns Leben, gib uns Herz und gib uns irgendwas Spiel. Oh Gott. Nein. Es gibt uns alles, nur nicht das. Mit einem Herz auch noch, ja? Dann mach die erste Attack und du stirbst. Ich glaub, der Ring ist der Schwachpunkt. Wenn wir so ganz... Oh, wenn man nicht... Hoffentlich muss man nicht das ganze Level neu machen, ey. Bitte fang Carlo aus. Bitte, bitte. Och, Leute. Nee! Das ist scheiße. Das ist echt Dreck. Nee. Das gibt es nicht. Wie unfair ist das Spiel denn zu uns? Das ist gemein. Oh Gott. Ich glaub, wir müssen doch erstmal Aufnahmepausen machen, oder? Ja. Und ich sag's mal so, das... Das schaffen wir nicht. Das ist... Das... Wie sollst du denn das hinkriegen? Das schaffen wir schon. Ich hörte glatt sagen, lass uns... ...vorm Boss wenigsten Safestead machen. Oder so. Ja. Guck mal, wie viel Zeit wir noch haben. Hast recht. Wir müssen wirklich gleich Schluss machen. Aber wenigstens hier hoch wollen wir es noch schaffen, ne? Ja. Ist doch geradezu noch ein Zeitbudget. Wie passend. Ja, dann sind wir wieder hier, wo wir schon waren. Wo wir immer wieder sein werden, weil das Spiel blöd ist. Gut, äh... Ja. Das war's für heute. Okay. Bis dann, Leute. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.